Grüezi Gott, ihr Lieben! Hier sind wir wieder mit Wug, mit Herz und Verstand und hoffentlich wieder einer spannenden, erhellenden Sendung. Wir wollen euch ja nicht unterhalten, sondern wir wollen euch oberhalten und eigentlich auch nicht halten, sondern oberziehen. Da habe ich mal den Spaß gemacht, als Wug die Sendung auf seinem Kanal Unterhaltung genannt hat. Mangels eines besseren Wortes, also schnell, schnell. Ihr habt ja mitbekommen, wir haben das oft in der Nacht produziert und da ist man froh, wenn man es hochgeladen hat und dann ins Bett gehen kann. Deswegen haben wir uns auch auf eine andere Produktionsart geeinigt. Wir nehmen jetzt die Sendung auf und veröffentlichen sie dann ganz geschmeidig am nächsten Abend, so um 20 Uhr. Wir versuchen, dass ihr jetzt da öfter mit einer Sendung von uns rechnen könnt und das ist so ein bisschen das, wie wir vorgehen. Nochmal kurz zum Technischen. Wir können wieder nicht bestätigen, dass wir hier sehr synchron sind. Also ich schon, aber Wug noch nicht. Manchmal schon. Mal schauen, wie es läuft. Ihr mögt uns da bitte nachsehen. Wir haben da gerade keine Kontrolle drüber, was total strange ist. Wir haben es ja schon angedeutet. Kann sein, dass diejenigen, die mithören, die gleich in der Schalte hier drin sind, das Delay verursachen, uns auch nicht unter Kontrolle haben. Wir könnten uns auch gerne mit denen einigen, dass wir es auf ein festes Delay machen. Dann kann ich es nachher anlegen, dann passt es. Aber ich glaube, so kooperativ werden sie uns gegenüber nicht sein. Unwahrscheinlich, ja. Man weiß es nicht. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir natürlich auch das kleine Problemchen, dass wir gestern eine Sendung aufgezeichnet haben. Die läuft gerade, sozusagen. Also ihr dürftet jetzt gerade fertig sein, wenn ihr ab 20 Uhr eingeschaltet habt. Wir haben es jetzt halb 10 hier. Wir hatten uns ein bisschen früher schon verabredet, aber dann haben wir es nicht hinbekommen, weil ich einfach viel zu müde war. Ich habe so energetisch einen komischen Tag heute. Ich musste viel schlafen, auch nochmal raus. Wug hat das gerne ermöglicht. Deswegen sind wir ein bisschen später als sonst unterwegs. Wir haben heimlich gehofft, dass wir ein bisschen synchroner sind. Aber wir werden es sehen. Wir werden es abwarten. Also deswegen können wir nicht über die gästliche Sendung reden, euer Feedback noch nicht abwarten, weil ihr ja gerade vielleicht erst Kommentare verfasst. Wir haben aber ein anderes Thema, über das wir im Vorgespräch, weil wir, als wir uns getroffen haben, erst mal schon gequatscht haben. Und es ist auch mal schwierig, sich voneinander loszueisen, weil wir einfach auch außerhalb der Sendung ganz interessante Sachen besprechen. Und dann war es ganz, ja, automatisch waren wir im Prinzip auf dem Thema Manipulation. Aber in einer sehr großen Art und Weise. Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die man da besprechen kann. Und wir haben dann auch schon vorher gesagt, wow, das könnte einfach auch, wir könnten auch nur über Manipulation reden mit 200 Sendungen und wir hätten noch nicht alles erzählt. Wir versuchen in der Sendung so ein bisschen einen groben Überblick zu schaffen. Vielleicht gehen wir auch irgendwo rein in die Tiefe. Das kann passieren. Einige Sachen sind vielleicht interessant, auch vielleicht zeitaktuell interessant. Und wir möchten einfach mal starten mit einem Thema, das ja vielleicht interessant ist, aber auch ein bisschen gefährlich ist. Wir haben ja schon überlegt, und wir das ganz in der Tiefe ansprechen, weil Vuk auch gesagt hat, seit er, ich sage es jetzt einfach mal, das böse Wort, damit es raus ist, darf ich? Bitte. Okay, weil seit Vuk über Naniten Informationen rausgegeben hat, spielt seine Technik nicht mehr mit. Also er hat das Gefühl, die KI schlägt zurück. Also das ist die Teil der Erfahrung zumindest hier von Vuk. Richtig, ja. Und also ich habe mich, ich habe selber sehr lange gebraucht, um dieses Thema ernst zu nehmen, ganz einfach. Und ich meine, man kennt halt Naniten aus gewissen Science-Fiction-Geschichten und so weiter und so fort. Aber als ich dann vor einiger Zeit ganz offizielle Meldungen von Universitäten und so weiter zum Beispiel gesehen habe, dass die Produktion von Naniten inzwischen wirklich also ganz offiziell auf einem Niveau ist, wo man diese Geräte oder diese Einheiten, sag ich jetzt einfach mal, produzieren kann, dass die also vielfach kleiner sind als Haaresbreite. Und dass das inzwischen ja schon, sag ich mal, an Universitäten sozusagen gemacht wird und in diverse Nachrichtenportale schon gewisse Informationen und so darüber sozusagen verbreiten. Erklär mal kurz, ganz schnell, weil wir jetzt schon wieder wo sind, weil vielleicht weiß einer gar nicht, was Naniten sind. Nur kurz, dass es drin ist. Also Naniten sind Roboter im Grunde genommen. Also es sind ferngesteuerte oder selbststeuernde robotische Wesen, im Normalfall halt mit mehreren Beinen, die in Nanometergröße produziert werden und die halt bestimmte Aufgaben erledigen können, wie zum Beispiel, ja, also sie können halt zum Beispiel Sachen reparieren oder sowas in der Richtung und es ist halt möglich, diese Einheiten in, also das, was ich jetzt offiziell gehört habe, waren glaube ich 18 Nanometer oder sowas in der Größe und man weiß ja auch, dass das, was uns erzählt wird, ist ja normalerweise viele, viele Jahre alt. Also das, was man offiziell an die Oberfläche sozusagen, an die Bevölkerung weitergibt, sind ja im Grunde genommen Sachen, die wirklich schon ziemlich alt sind und das Militär und ich sag mal, bestimmte Geheimbünde und so weiter sind da meistens schon um ein Vielfaches weiter. Dieses Thema Naniten wurde jetzt halt auch nochmal ganz kurz in einem anderen Zusammenhang gebracht und ja, da muss ich jetzt halt so ein Stichwort einwerfen, das ist Impfung. Gerade zum Beispiel mit mit der Bill und Melinda Gates Foundation, die ja davon träumen, dass sie uns gerne alle mit diesen Naniten sozusagen versorgen und auf, ich meine, auf Sputnik war das, kam letztens ein Artikel raus, wo dann darüber geschrieben wurde, Immunsystem 2.0, wo man darüber, sag mal ein wenig, ja, philosophierte, ob das klug ist, uns alle mit diesen Naniten zu versehen, dass diese Naniten sozusagen eine Art, ein Teil unseres Immunsystems werden sollten. Das Ding ist ganz einfach, dass, ja, man hat ja, sag mal, also man hat ja selber keine Kontrolle über das, was diese Einheiten in einem machen. und aus, ich sag jetzt mal, Verschwörungskreisen wird ja schon unverlautbart, dass diese Einheiten ja auch schon in vielen anderen Sachen drin sind, auch teilweise in Produkten, die man kaufen kann oder halt auch zum Beispiel verwendet werden, um Leute in Anführungsstrichen einfach ganz klar zu vergiften und da möchte ich eine ehemalige Jesuitennonne namens Carrie Burner angeben, B-U-R-N-O-R die, nachdem sie Schwierigkeiten mit dem Jesuitenorden hatte und vor Gericht gegangen ist, mit diesen Naniten vergiftet wurde und sie behauptet, dass sie damit umgebracht werden sollte und sie hat halt eine sehr lange Zeit gebraucht, um diese ganzen Einheiten wieder aus sich herauszuwaschen. Eine andere Möglichkeit, wie soll ich sagen, wäre halt auch diese ganze Geschichte mit Chemtrails, also diese ganzen Sprühungen und sowas alles und es gibt halt wie gesagt auch bestimmte Produkte, wo diese Einheiten halt ebenfalls drin sind, also drin sein sollen, es ist halt extrem schwer, diese nachzuweisen, weil sie halt einfach so unglaublich winzig sind. Und ja, aber als ich angefangen habe, mich ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen und da einfach ein bisschen weiter nachzugraben und dann auch eine Seite auf meiner Homepage veröffentlicht habe zu diesem Thema, wo ich empfehle, dass man Magneten benutzt, um diese Geräte einfach zu deaktivieren, also sie einfach wirklich abzuschalten, ist also ein durchgehender roter Faden an Technik, an Schwierigkeiten mit Technik nicht zu leugnen. Also es ist einer der Schritte gewesen, wo mein persönliches Leben deutlich schwieriger geworden ist. Ja, total heftig. Was mir gerade, was bei mir gerade reinkommt, ich bin da so ein bisschen im Fluss der Gedanken, aber erstmal hört es sich sehr positiv an, das ist ja auch etwas, wie es schon verkauft worden ist in Hollywood-Filmen, man könnte so feinere Operationen machen, was immer ganz wichtig ist, was ein Totschlagargument ist, Krebs könnte man heilen, also man könnte diese Dinge sozusagen, muss man nicht mehr mit der Chemotherapie, was ja so offiziell noch das ist, was da funktioniert, sondern man könnte Krebs viel feiner, Krebszellen viel feiner beseitigen und für Krebsfreiheit sorgen und also es gibt ja viele Dinge, die sich dann gut anhören, aber was mir sogar da reinkam, wir reden ja über Mikrokosmos, Makrokosmos, also wir sind einfach in dem kosmischen Gesetz der Analogien und da, wo wir Naniten kennen, da können wir über unsere Besucher reden, die uns nicht so wohlgesonnen sind, da gibt es Arten, die genau nämlich so funktionieren, dieses Schwarmdenken, dieses Robotermäßige und da sollten wir definitiv aufpassen, dass nämlich dann übergeordnet eine KI, die das kontrolliert, nicht hier Dinge machen kann, die wir nicht wollen, dann sind wir wirklich alle, im Prinzip hat dann ständig, wenn es diese Technik gibt, hat dann ständig jemand Pistole an deinen Schädel gedrückt und du und du weißt es nicht. Ganz besonders im Zusammenhang mit der 5G-Technik, die eingeführt werden soll, ist das definitiv eine sehr probate Möglichkeit, jemanden zu kontrollieren und es gibt auch zum Beispiel einen, ich meine, das ist ja auch von Bill Gates, ist ein Vortrag aus dem Jahre 2008, wo er darüber spricht, dass die relativ bekannten RFID-Chips, die etwa so groß sind wie ein Reiskorn, das sind ja auch dann Funk-Chips, sozusagen die implantiert werden sollen durch Injektionen, dass die inzwischen so weit sind, dass sie nicht nur sozusagen den Standort und die Daten der Person sozusagen tragen, sondern dass sie auch bestimmte Signale aussenden können und eine der Sachen, die halt in diesem speziellen Vortrag angesprochen wurde, ist, dass eine der ersten Funktionen, die diese Chips jetzt haben sollen, ist, dass sie das Zentrum, was gläubige Menschen, also die, die an Gott glauben, dass dieses Glaubenszentrum, dieser Bereich sozusagen abgeschaltet wird, also dass man dann halt den Glauben an den Schöpfer verliert und das Problem ist ja im Grunde genommen halt mit diesen Einheiten, man kann nicht wirklich mit ihnen in Kontakt treten, wenn sie in einem sind und man hat halt sehr wenig Einflussmöglichkeiten auf die Funktionsweise, das heißt, man kann sich nicht sicher sein, ob sie jetzt nun wirklich hilfreich sind oder ob sie einen auseinander nehmen, das ist halt die große Frage. Zumal das ja sowieso, wenn sie auch nicht gegen deinen Willen, sondern mit deiner Erlaubnis initiiert werden, weil du davon irgendeinem positiven Effekt versprichst, du kontrollierst die ja sowieso nicht, weil wenn dann kontrolliert irgendein Szenario, also ein Arzt mit einer Software oder eben diese Dinge und man weiß eben nicht, was damit auch alles gemacht werden kann. Im Prinzip kannst du schlafen und kriegst eine Gehirnoperation und wirst völlig umgemodelt. Das sind natürlich absolute Horrorszenarien, die man sich da vorstellen kann und das ist einfach nur, das ist noch nicht mal etwas, was wir sagen, das ist jetzt so oder das ist einfach nur möglich. Vor dieser Technik kann man grundsätzlich und über KI wird ja auch viel diskutiert. Elon Musk wurde da schon in den Mainstream-Medien auch viel zitiert mit der Meinung über KI, die mal so war und jetzt wieder anders. Ich glaube, er hat doch mal gesagt, da muss man davor warnen oder grundsätzlich war es eine philosophische Diskussion. Es wäre möglich, dass wir eigentlich schon in so einer Computersimulation sind und gar nicht wissen. Wir könnten schon längst im Computerspiel eines zwölfjährigen Außerirdischen sein, so nach dem Motto und würden es gar nicht mitbekommen, weil wenn man sich einfach die Evolution der Computertechnologie und der Computerspieltechnologie anschaut, dann ist das von okay, schaut komisch aus bis zu wow, wie haben sie das gemacht, bis zu okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was Realität ist, was nicht. Das sind wir so an der Grenze, wo man sich die Brillen aufsetzt und auch so ums Gefühl fühlen geht und einfach Dinge anders wahrnimmt und wenn das dann noch ein paar Jahrzehnte nach vorne prescht, dann kann man es wirklich nicht mehr unterscheiden und wenn man diese Technologie dann einfach nur mal gedacht ein paar Millionen Jahre nach vorne schiebt, dann kann man sich überhaupt über gar nichts mehr sicher sein. Das ist eine beängstigende Idee, auch eine, also wenn man sie schön diskutiert, eine sehr philosophische, das mag ich an dieser Vorstellung, aber grundsätzlich ist es keine schöne Vorstellung, weil man dann ja wieder eigentlich nur eine Spielfigur wäre und freien Willen und diese ganzen Dinge werden ja dann ausgehebelt und dann könnte man uns auch glauben machen, dass wir hier ein höheres Selbst hätten und in Wirklichkeit sind wir ja nur eine Simulation in irgendeiner Technologie eingebettet. Also völlig strange, wenn man dem weiter folgt, aber wir wollen, wir könnten darüber, ihr habt es schon mitbekommen, jetzt an den wunderbar in die Tiefe gehen, aber da haben wir schon, lass uns mal so angeschnitten, da gibt es ganz viel drüber zu sagen, vielleicht muss man noch mal etwas reingehen, was wir vorher schon besprochen haben, dass wir jetzt hier auch nicht die Auskunft der spirituellen Forschung sind oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, es ist wunderbar, wenn ihr uns Fragen stellt und auch mal irgendwas wissen wollt, aber eigentlich sind die Sendungen dazu da, euch dazu zu animieren, selbst nachzuforschen, selbst reinzugehen und es ist unfassbar schwierig, wenn man in einer großen Tiefe, auch Wug vor allem, der ganz viel gelesen hat, man kann diese Fragen nicht beantworten in der Tiefe, wenn der andere das Buch nicht gelesen hat, dann kann man nicht über diese Dinge diskutieren, da fehlt immer wieder was, dann erklärt man wieder das und dann wird wieder nachgefragt, deswegen, und das ist einfach eine Aufgabe, die wir nicht bewältigen können, sagen wir es mal so, deswegen haben wir uns jetzt geeinigt auf das Format, wir versuchen es ja wirklich so oft wie möglich zu machen, ich war früher schon froh, wenn man mit Herz und Verstand einmal in die Woche hinbekommen hat und jetzt gerade machen wir ja die elfte Sendung innerhalb von zwei Wochen oder so, also ihr merkt schon, wir meinen es ernst und ich bin Vuk auch sehr dankbar, dass er da jetzt auch Vollgas gibt sozusagen, aber überlegt euch das gut, ob wir hier die Erklärbären sein sollen, jetzt auch in E-Mails oder nicht oder ob ihr einfach den Impuls nehmt und euch informiert oder einfach vielleicht auch eine Sendung nochmal anschaut, wenn ihr was nicht verstanden habt und weil es uns aufgefallen ist, manchmal kommen Fragen, das haben wir bereits erklärt, dann wird es nicht anstrengend, aber eigentlich unmöglich, wenn es zu viel wird, wird es eigentlich unmöglich, das war alles beantwortet, das muss man einfach hier sagen, da kommen wir an die Grenze, wir sind ja schon eh schon an der Grenze dieser Produktionskette, weil wir eben ja Vorgespräche haben, wir uns über Themen schlau machen, nochmal vielleicht Sachen wiederholen, dann die Sendung machen, dann muss die produziert werden, geschnitten werden und bis alles fertig ist, das ist einfach viel Arbeit und deswegen, wir haben selbst unser Wachstum auch noch, wir haben unsere eigenen Aufgaben, unsere eigenen Themen, wir wollen ja nicht auf dem Stand stehen bleiben, wo wir jetzt hier sitzen, sondern wir wollen uns ja auch weiterbilden, vor allem wachsen, Bewusstsein erweitern, das sind ja die Dinge, die uns so wichtig sind, das wollte ich einfach nur kurz sagen, er kennt mich ja, aber ihr habt's, ihr habt's glaube ich verstanden, worum es geht, was ich, weil du es jetzt auch angeschaut hast, was ich eine ganz interessante Sache fand, war diese Sido-Geschichte mit Trau keinem Promi, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige gesehen, ich erkläre es kurz, Sido hat so eine Freitagssendung gehabt, ich glaube, da hat er fast rund um die Uhr so Corona-TV gemacht, hat da gekocht und irgendwie und dann hat er auch ab und zu mal mit jemandem geskypt und jemandem eingeladen in die Sendung und das war Trau keinem Promi, der ja diese deutsche Rapper-Szene sehr kritisch sieht, weil sie eben sehr krasse Symbolik verwendet, einfach, dass sozusagen fast schon die PR-Maschine der Dunklen ist, so kommt's rüber und das findet natürlich Trau keinem Promi auch nicht so lustig und dann trifft er eben auf Sido, der da ganz geschmeidig argumentieren konnte, bisschen schade, aber darum geht's jetzt gar nicht, sondern Sido sagt dann auf einmal, wir haben das wegen dir gemacht, weil er fragt hat, warum habt ihr denn das Album damals 23 gemacht mit der Eule und dann sagt Sido, das haben wir wegen dir gemacht und dann ist erstmal Trau keinem Promi, ich sag jetzt den Namen nicht, Entschuldigung, ich sag immer den Kanalnamen, sagt, ja das kann gar nicht sein, weil man kann das erst 3, 4 Jahre später gegeben und dann kam mir die Idee, was ist denn, wenn Sido gar nicht weiß, warum man das gemacht hat, vielleicht ist Sido wirklich der Überzeugung, dass er das macht, weil er das lustig findet und wer hat ihm denn die Idee eingepflanzt, dass das witzig ist, diese Dinge zu machen, weil eindeutig, er war so felsenfest überzeugt, er sagt sogar noch in dem Interview irgendwann, du ich glaube, ich glaube, das warst du schon und dann stehst du da, das kann ja nicht sein, das ist ja absolut bewiesen, das Veröffentlichungsdatum gibt es von der CD und es gibt das Beitrittsdatum des Kanals, also kann nicht sein, no way, aber er ist trotzdem davon überzeugt, aber was kann da passiert sein oder was für eine Technologie ist da möglich, welche Manipulation ist möglich, dass Sido denkt, er hat das deswegen gemacht, das ist die Frage, die nicht gestellt wird, die ich aber interessant finde. Also ich muss sagen, dass ich eher darauf tippe, dass er ganz genau weiß, warum er diese Sachen, also auch die Eule und sowas halt da drauf gesetzt hat und die Eule ist ja nun eine sehr spezielle Symbolik und ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass sie halt in den, ja, sehr vielen der dunklen Bereiche einfach verwendet wird aufgrund halt des Zeichens, weil es ist halt ein Raubtier, was von seiner Beute nicht gesehen wird. Aber dafür kann das Raubtier die Beute sehen und das ist einfach halt meines Erachtens ein Zeichen für bestimmte unserer Besucher, die uns halt sehen können, aber wir sie nicht erkennen können, ganz einfach. Und also, die meisten von uns können das nicht. Und, ich sage es mal so, diese ganze Symbolik und so, das ist im Grunde genommen zu eindeutig und ich meine jetzt, ich, ich, fand diese XXL-Analyse sehr, sehr gut gemacht. Also jetzt so im Nachhinein, ich war wirklich ein bisschen erstaunt, dass, dass er sich hat von, von Sido so überfahren lassen, aber, ich muss sagen, Sido hatte auch eine sehr interessante und sehr effektive Technik einfach benutzt, um ihn wirklich aus dem, aus dem Konzept zu bringen und das, das halt immer wieder, wie sagen, er hat es auch wirklich geschafft, ihn komplett von der Rolle zu bringen und ihm halt auch diese Geschichte einzusetzen, dass er das halt seinetwegen gemacht hat und ich meine, es ist ja jetzt auch, der Trau-kein-Promi-Kanal ist ja nicht der Einzige, der über diese Verbindung von Okkultismus mit Musik spricht. Ich möchte da halt zum Beispiel Mark Devlin einfach nochmal eben anbringen, der ja auch bei der Free Your Mind-Konferenz gesprochen hat und da gibt es auch einige Werke auf Deutsch. Das ist ein britischer Radiomoderator, der halt auch besonders gerade Hip-Hop und sowas unter die Lupe nimmt, aber halt auch die ganze, ich sag's mal, Rock'n'Roll-Szene, angefangen von den Beatles und so und Rolling Stones und da halt auch dann wirklich die, die exakten Verbindungen zu den einzelnen geheimen Logen und sowas alles aufzeigt und mir persönlich scheint es viel, viel wahrscheinlicher, dass er wusste, was er da tat und das halt ganz bewusst gemacht hat, um einfach halt seine Zugehörigkeit zu zeigen, mehr oder weniger. Aber um auf deine Frage zurückzugehen mit den Manipulationstechniken, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel durch Technik Leute zu beeinflussen. Eine der Sachen, die jetzt halt, sag mal relativ frisch ist, das ist jetzt keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre alt oder sowas, ist die sogenannte Voice-to-Skull-Technologie, wo man bestimmte, also man zielt auf eine bestimmte Person und das ist dann auch relativ egal, ob man jetzt wirklich direkt sozusagen auf sie sehen kann oder ob da eine Mauer dazwischen ist und man kann durch bestimmte Frequenzen direkt in den Schädel eine Nachricht reinsprechen. Und das klingt dann auch nicht so wie der innere Monolog, sondern es ist ja wirklich, wie eine Fremdstimme, die mit einem spricht. Und diese Technik ist schon seit vielen Jahren bekannt und wird dann auch verwendet. Und es gab in den USA einige Fälle, wo zum Beispiel bestimmte Geheimagenten herausgefunden haben, dass ihre Frau fremdgegangen sind und die diese Technik dann halt zum Beispiel auf ihre Frauen beziehungsweise auf die Liebhaber dann angewendet haben. Und da gibt es einige Berichte darüber. Aber das ist nur eine von vielen, vielen Techniken, wie man jemanden dazu beeinflussen kann. Die anderen Sachen sind zum Beispiel auch sowas wie eine Art von hypnotischen Programm, dass man jemanden wirklich davon überzeugt, entweder durch Hypnose, also unbewusst oder zum Beispiel bewusst bestimmte Persönlichkeitsaspekte in einem triggert durch Nennung bestimmter Schlüsselworte oder sowas. Und dann läuft halt ein gewisses ein vorprogrammiertes Programm ab. Und die Person ist dann halt in dieser Persönlichkeit und ist halt komplett anders als er normalerweise wäre. Man kann jemanden falsche Erinnerungen einpflanzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das geht. Und das ist, also sag ich mal so, wenn die Musikindustrie, die Firmen, die dahinter stehen, ein Interesse haben, dass diese Symbolik bei bestimmten Musikrichtungen oder am besten bei allen Musikrichtungen eine ganz große Rolle spielen, dann würden sie wahrscheinlich individuell bei jedem Künstler, den sie vorhaben zu featuren, drauf eingehen. Das heißt, der eine macht es vielleicht weniger bewusst als der andere, aber dennoch spielen sie alle diese Karten aus, die ausgespielt werden sollen. Richtig. Und weswegen ich die Sendung noch interessant fand, das war die Gedanke, also ich möchte der Gedanke, den ich dabei hatte, der eben nicht zum Tragen kam, aber was noch eine große Rolle gespielt hat, innerhalb der Sendung war, wurde immer darauf rumgeritten, ja deswegen, was sollen denn das, Leute, die gar keine Ahnung haben von der Symbolik, was soll denen denn eine Eule sagen, da war so der Typ im Hintergrund, der dann auch immer mitgewettert hat, so Sidus Helferlein, der so ein relativ unangenehmer Kerl war, aber genau, hast du darauf eine bessere Antwort, als es in der Sendung gegeben worden ist? Ja, definitiv, da habe ich letztens noch mit meinem Freund drüber gesprochen, die berühmte Angie-Route, Raute, also dieses Zeichen zum Beispiel, einfach nur das Dreieck nach unten, ist das Zeichen für den Kelch, also das ist ein Teil des nicht-unikorsalen, dieses Standard- Hexagrammes, dem sogenannten David Stern auch, einfach, das ist das Zeichen für das weibliche Geschlecht, genauso wie dieses Zeichen, also die Pyramide, ist das Zeichen für den Dolch, für das männliche Geschlecht, und zum Beispiel bei Angela Merkel war es ja so, dass sie am Anfang als ihrer Karriere, als sie kurz bevor oder kurz nach sie bei den Bilderbergern war, wurde ja sehr schnell festgestellt, dass ihr größtes Problem ist, dass sie keinerlei Charisma, keinerlei Ausstrahlung hatte, und dass sie im Grunde genommen eine sehr folgsame Dienerin war, aber halt nicht wirklich ankam, und durch dieses Zeichen zum Beispiel, und das ist eine der Sachen, die ich sehr viel mit meinen Freunden besprochen habe, die Leute, die das nicht wissen, dass das das Zeichen für das weibliche Geschlecht ist, die das nicht bewusst wissen, die werden dieses Symbol unterbewusst verarbeiten, das heißt, sie denken dann halt an Geschlechtsverkehr und schalten halt ihr Gehirn ab, genauso ist es halt bei Frauen andersrum, also die Frauen, die nicht wissen, dass das hier der Dolch ist, wenn man dieses Zeichen zeigt, werden sie unterbewusst, also wenn sie das nicht bewusst wissen, werden sie unterbewusst willig, und das ist ja im Grunde genommen der Effekt, den man dadurch haben will, nur indem man weiß, was diese Symbole bedeuten, wie auch zum Beispiel das Pentagramm mit der Spitze nach oben, mit der Spitze nach unten zum Beispiel, dadurch ist man überhaupt erst in der Lage, das A zu erkennen und überhaupt bewusst B dagegen zu halten, weil ansonsten geht es einfach direkt ins Unterbewusstsein und das ist meines Erachtens eine der Sachen, die jetzt halt auch zum Beispiel mit der Eule, klar, also es geht natürlich erst mal an die Raubtiere sozusagen, die sich dadurch angesprochen fühlen und ich würde jetzt sagen, dass er damit angibt, dass er auch eins davon ist oder halt zumindest mit in diesem Club dazugehören möchte, ich weiß nicht, ob er ein Zesto oder nicht, das möchte ich mir jetzt auch gar nicht unterstellen, aber viele Leute wünschen sich ja zum Beispiel diese Fähigkeit auch zu haben, zum Beispiel dass man unsichtbar ist für seine Feinde und sie selber aber erkennen kann und sowas alles und dazu kommen noch diese ganzen Assoziationen wie zum Beispiel Moloch, der in der Bohemian Grove steht, also dieser Eulengott, der ja auch als Stier dargestellt wird und ja, das geht dann halt auch wieder mit dieser ganzen Kindsopferungsgeschichte und sowas Hand in Hand, die ja nun schon seit sehr langer Zeit auf unserem Planeten ist und auch sehr starke Zusammenhänge hat, gerade jetzt mit den Raubtieren und sowas alles, ja. Also man kann im Prinzip festhalten, dass selbst wenn wir diese Symbole bewusst nicht kennen, ja, das war ja immer so das Argument, Sido-Fans, der weiß ja gar nicht, was der Eule ist, der hat das noch nie gehört, so harmlos, irgendwie so, ich mach's ja nur wegen dir, unterbewusst erkennen sie das und die Wirkung entfaltet sich dadurch, weil man bewusst keine Abwehr dagegen oder es nicht einordnen kann, sondern es wirkt dadurch sogar besser, als wenn man um die Wirkung weiß und sich sozusagen in irgendeiner Form davon dagegen wehren kann oder dagegen wappnen kann. Ja, das finde ich ein gutes, sehr einleuchtend und ich glaube auch richtig, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt und wir haben eben diese ganze Symbolik um uns rum und sie wirkt eben, es ist nicht nur ein Zeichen für die Illuminaten, hey, ich bin einer von dir, ja, ich bin auch einer vom Club, ja, super, wir erkennen uns gegenseitig und lachen uns tot über die, die keine Ahnung haben, sondern die, die keine Ahnung haben, werden davon dennoch beeinflusst und das ist eben auch eine Manipulation, die da entsteht und aus Spaß, das ist das Allerschlimmste da noch, werden diese Zeichen natürlich weitergetragen, weil sie sie witzig, weil sie sie dann selbst scheinbar irgendwie witzig finden und es gut finden, weil sie halt Fan sind von dem und der Band und Totenkopf und Handzeichen, das kennt ihr ja alles, was da alles, was da alles entsteht und dann weitergetragen wird und T-Shirts, die dann, die dann cool sind und werden auch getragen und dadurch, ja, kehrt so eine gewisse Dunkelheit hier auf die Erde ein mit einer ganz fiesen Symbolik, die auch, und du hast es ja gerade angesprochen, also wir reden, das ist ja die Sendung vom letzten Mal gewesen, wir reden natürlich dann auch, dass diese Symbolik auch für Menschen und Wesen steht, die wirklich unfassbar schreckliche Dinge auf diesem Planeten tun und man ist sozusagen Fan, ja, nicht vom FC Bayern, sondern vom satanischen Club, wenn man diese Dinge auch trägt und wenn man sich dessen bewusst ist, dann hört man normalerweise auf damit, ja, also ich bin nicht im großen Vorwurf derjenigen, die das mit sich tragen, der Metal-Fan, der halt dieses typische Zeichen macht oder so, aber wenn sich Menschen dessen bewusst sind, dann müssen sie es aufhören, dann ist eigentlich Schluss damit und das ist auch das Ärgerliche, da merkt man wieder diese, ja, die Diskrepanz zwischen Schlaf scharf und Leute, die halt diesen Mainstream folgen und die Sachen cool finden und es einfach machen, weil sie denken, das gehört dazu und das wäre besonders witzig und den Leuten, die halt sich um diese Symbolik und diese Dinge bewusst sind und sagen, Gottes Willen, was sind das für Leute, ja, warum tragen die das mit, warum verstehen die das nicht, ja, das ist halt auch wieder diese Trennung, diese Spaltung, die da stattfindet, ja, also, das haben wir, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen einsortiert und wir haben natürlich auch andere Themen, also, in den Filmen, Fernsehen, in den Filmen wird das ja mitgetragen, also, wenn ich mir anschaue, was früher, also, die Goonies war schon, war schon ein spannender Film, also, und heute ist, jede Teenie-Komödie ist mindestens ein Horrorfilm oder ein Psychofilm, irgendwas ist da immer drin, also, Mord, Totschlag, Foltern, dann ganz viel Okkultes, das ist total in, wir haben auch vorhin drüber geredet, über Vampire, die auf einmal gefeiert werden, die sind die Vampire die Guten, ja, zu meiner Zeit war Dracula echt wirklich, da konnte ich auch nicht schlafen, aber ich, das fällt mir gerade ein, ich habe wirklich mit einem Holzkreuz, nachdem ich zu früh, und zwar wirklich zwischen den, zwischen der Tür, ja, ich weiß noch genau, das fällt mir gerade ein, ich stehe im Flur, wir hatten ganz langen Flur, meine Eltern, ja, saßen im Wohnzimmer und wenn die Tür so, die war, die war nicht ganz zu oder die war immer so halb auf und dann konnte man zwischen Türrahmen und Tür, konnte man einen Spalt auf den Fernseher schauen und dann stand ich da und habe, ich glaube, es war auch ein witziger Film, das war, glaube ich, Tanz der Vampire, das ist sogar witzig gemacht, ja, im Prinzip ist es eine Horrorkomödie, aber für so einen jungen Kerl wie mich war das nichts, ja, und habe total Schiss gehabt, ich habe wirklich Panik gehabt vor Vampiren und habe dann mit dem Holzkreuz unterm Bett geschlafen, also, also einfach viel zu früh, aber das ist so harmlos, wenn du mir anschaust, was du heute, was du heute um die Ohren geballert bekommst und was die Kinderseelen auch schon alles aushalten müssen, ja, gibt ja, gut, der kleine Vampir und da gibt es ja auch einfach so, ja, wir sind halt Blutsauger, ja, dich beiße ich jetzt nicht, du bist mein Freund, meine Eltern sind schon böse, aber ich bin eigentlich ganz netter und so, also wie das so Einzug hält, dass es so nicht zur Normalität wird, dass diese Monster eigentlich zu uns gehören, und du hast auch mal Monster AG genannt, also, was gibt es da drüber, aus deiner Sicht zu sagen, was ist da die große Gefahr oder was ist der Plan dahinter? Also, bei Monster AG, das fand ich zum Beispiel selber sehr erstaunlich, einfach, dass dort, ich sage, ganz klar zum Beispiel dieses Thema Lusch, also diese Angstenergie angesprochen wird, also diese Monster schleichen sich dann in die Schlafzimmer von Kindern und erschrecken sie dann und diese, diese Angstenergie, die die Kinder dann, ne, durch ihren Schrei abgeben, wird dann eingefangen und, und das ist dann, wie ich sage, deren Energie und diese, diese ganze Geschichte jetzt auch zum Beispiel, das ist ja, ähm, eine sehr schöne Umschreibung dafür, wie ich sage, für das, was bestimmte Wesen, wie ich sage, brauchen, weil diese, diese, was du ja gerade gesagt hast mit den Vampiren zum Beispiel, es gibt tatsächlich sowas wie energetischen Vampirismus, ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich auch Leute gibt, die, ne, wirklich Blut trinken, aber ich meine jetzt halt zum Beispiel, ähm, die energetischen Vampirismus ist halt deutlich weiter verbreitet und diese Leute brauchen die Energie, sie brauchen die Aufmerksamkeit und sowas und ansonsten geht es ihnen körperlich schlecht, ganz einfach und da gibt es halt auch, also da würde ich jetzt zum Beispiel ganz, das habe ich auch schon in meinem Zusatzvideo empfohlen, das Buch Die Prophezeiung von Celestine empfehlen, weil dort diese, ich meine es sind sechs oder acht verschiedene Archetypen, wie Energiewampire vorgehen, um jemanden einzuwickeln und den dann auch zu kontrollieren und, und, ja, aussaugen zu können, sozusagen, wie man die erkennt und wie man sich elegant wehren kann in einem, in einem nicht aggressiven Stil, also, dass man sozusagen deren Angriffe, die auf einen zukommen, die Versuche, die, wie sie sich an einen andocken, dass man das sozusagen nimmt und einfach in die Leere laufen lässt, wie zum Beispiel bei der Kampfsportart Aikido, was, dass man halt den, den Schwung des Angreifers nimmt und den sozusagen benutzt, um den Angreifer von sich zu weisen und, also dieses Buch kann ich definitiv sehr, sehr empfehlen und, ich muss leider sagen, dass in meinem Bekanntenkreis, also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die, ja, sehr starke energetische Vampire sind, also die, zum Beispiel ständig dieses permanente arme Ich sind, also, dass sie halt immer das Opfer sind und, und all sowas und das sind einfach Methoden wie das Energieraubs und das kann wirklich bis dazu, bis zu dem Stadion führen, dass man so kraftlos ist, dass man einschläft und, ja, also, das ist durchaus real. Also, klar, also in der Tiefe ist es natürlich, ist es, gerade, dass Disney das macht, ja, mit der Monster AG, das ist, in Pixar, so übel, ähm, uns eigentlich erzählen, was sie wirklich machen, natürlich, auf einem weniger witzigen Niveau, ja, die Kinder in dem, in dem Film überleben ja alle, ähm, in Wirklichkeit, äh, tun die meisten das dann nicht, ja, weil die Energie eben auch körperlich entzogen wird, also, da sind wir wieder bei Adenochrom, also, das ist, das weiß, glaube ich, wissen viele mittlerweile, also, wir haben es auch in der letzten Sendung angesprochen, ähm, macht euch schlau drüber, also, wir gehen jetzt da in den Detail nicht so rein, dann sind wir wieder woanders, wir reden über Manipulation, ja, was irgendwie auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wahnsinnig gemacht hat, also, dass diese Moral einfach komplett ausgeblendet wird bei den Filmen, ähm, zum Beispiel, also, Vampires Diaries, glaube ich, da sind diese zwei absolut übelsten Psychopathen, ja, diese zwei Brüder, die sich für irgendein junges Mädel interessieren, das sie an eine alte Kameradin erinnert von sich, und bei der sind sie nett, und die haben in ihrem Leben schon so viele Menschen dahin geschlachtet, ja, und sind, und trotzdem schafft es diese Serie, dass man diesen, dass das die Helden sind, dass man zu denen hält, weil die hätten sich ja jetzt gerade geändert, aber die sind immer so knapp davor, dass sie wieder zu diesem absoluten Monster werden, und du denkst dir einfach nur, jeder, der, der die töten will, hat einfach komplett recht, ja, so geht es mir in der Serie, wo ich echt denke, wie kann man denn für diese Kerle sein, ja, oder Vikings, ja, die absoluten Psychopathen, ich glaube, in der ersten Folge Vikings, oder das ist die zweite, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist noch die erste, ich habe nämlich nur eine angeschaut, nachdem ja die Leute empfohlen haben, ich soll es mir anschauen, wäre eine gute Serie, da werden einfach die Mönche in Großbritannien, werden alle dahin geschlachtet, so nach dem Motto, oh, war leichtes Spiel, null Empathie, wirklich, das ist denen so egal, die hätten es ja noch beklauen können, die hätten sie ja gar nicht töten müssen, aber no way, wenn sie einen brauchen können, verschleppen sie noch, dann wird er versklavt, und das finden die Leute cool, das ist wirklich eine Serie, die super ankommt, wo man die Protagonisten feiert, weil sie so, ja, wie kann man die, also ich verstehe es nicht, es ist ja, also, ich kapiere es nicht. Ich denke, dass es inzwischen einfach, wenn man jetzt bedenkt, sag mal, um Nachmittags schon so Folgen wie A-Team laufen, ich meine, das ist ja noch relativ harmlos, da wird ein bisschen geprügelt, und jetzt haben wir ein bisschen geballert, und sowas, aber man, man erschießt da keine Leute, aber es geht halt eine ganze Menge Sachen zu Bruch, und sowas, wenn man als junges Wesen sowas schon sieht, dann braucht man irgendwann einfach halt mehr, einen krasseren Kick, dann geht man halt über bestimmte andere Serien, Actionfilme und so weiter, bis hin in diese Richtung, bis man halt wirklich dann, ich würde sagen, den Kick kriegt, den man haben will, oder den man braucht, und Hollywood, also jetzt, wo du gerade Walt Disney angesprochen hast, Walt Disney ist ja nun zum Beispiel extrem dafür bekannt, dass sie sehr, sehr unterschwellig manipulativ sind, allein in dem Walt Disney Schriftzug hat man ja dreimal die Sechs drin, zum Beispiel, und es ist, es gibt groß, also wirklich großartige und sehr viele Videos, zum Beispiel dazu, wie die Sachen gezeichnet werden, dass halt zum Beispiel erst das Geschlechtsteil gezeichnet wird, und dann halt die Charakterfigur drumherum, und in sehr, sehr vielen Einstellungen, zum Beispiel, sieht man dann im Hintergrund Bilder von nackten Frauen, oder, ne, Leuten, die Geschlechtsverkehr haben, und sowas alles, und das ist halt in einem Kinderfilm, und das erinnert mich zum Beispiel sehr stark an diesen, an den Anfang von dem Film Fight Club, wo er halt im, ne, dieser Tyler Durden im Kino sitzt, und in den Kinderfilmen, eine Sekunde von einem Pornofilm sozusagen reinschneidet, und damit die Leute traumatisiert, die Kinder und sowas. Und man kriegt das jetzt nicht unbedingt bewusst mit, aber man kriegt das definitiv unbewusst mit, und das wird ja bis heute noch gemacht, in South Park oder Simpsons ganz besonders viel, dass man da in dem Hintergrund, wo man halt nicht drauf achtet, dass da halt, ja, Freimaurer-Symbolik und sowas halt mit eingebaut ist, und sowas alles, und wie gesagt, solange man diese Symbolik nicht kennt, also nicht sich damit bewusst beschäftigt, sieht man sie nicht, und sie geht halt direkt ins Unterbewusstsein rein. Und das ist definitiv dann auch eine Art der Programmierung. Ja. Und es wird total verharmlost. Also, ich weiß nicht, welche Argumentation da läuft, weil diese Disney-Geschichten, die sind ja auch nicht wegzudiskutieren. Da gibt es eine Szene, wo, glaube ich, der Priester hat jemanden verheiratet, und der Priester hat einen Ständer, ja, unter der Hose. Siehst du einfach, wie sich da einfach die Hose eindeutig beult, wo du sagst, wer kommt denn aus sowas? Da könnte man sagen, ja, okay, das sind halt Zeichner, denen langweilig wurde, ja, so wie das ein Bild wurde, glaube ich, nur aus Penissen gemacht, ja. Gibt es, glaube ich, dieses Schloss oder so, ja. Richtig, das Schloss, ja. Ja, genau, wo sie dann den Zeichner gefeuert haben, aber man weiß halt eben nicht, oder man ahnt halt, dass da ganz viel Absicht dahinter ist, warum soll jetzt gerade diese Firma das vor allem machen, und Konsequenzen gibt es keine. Es gibt zwar die aufklärerischen Dinge und manche finden es dann witziger, was die da gemacht haben oder so, aber es gibt keine Konsequenzen für die Firma 0,0. Das ist unfassbar, was Disney sich da in den letzten Jahrzehnten leisten konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen sauberer ist, weil da mehr Leute darauf achten, das weiß ich nicht, weil das sind vor allem ältere, älteres Material, wo sie darauf hingewiesen sind. Vielleicht waren sie da frecher und haben es offener machen können. Vielleicht sind sie etwas vorsichtiger geworden, ich weiß es nicht. Aber sie fahren natürlich immer noch das Programm, die Kinder und vor allem, das haben wir schon in einer anderen Sendung mal angesprochen, die Weiblichkeit stark zu manipulieren, dieses Prinzessinnen-Syndrom anzufahren. Also ich weiß jetzt halt, also ich selber gucke natürlich diese Disney-Sachen nicht, aber jetzt das, was mir besonders aufgefallen ist, sie haben halt schon so ein bisschen den Stil verändert, das heißt, das ist halt nicht mehr so auffällig. Dafür benutzen sie dann halt zum Beispiel eher, zum Beispiel einfach, in einer Szene zum Beispiel Atem, der sich dann halt zu dem Wort Sex formt und dann verschwindet oder dieses, ich bin glaube bei Entangled, wo diese Dame den Prinzen in diesen Stoff einwickelt, da sieht man halt, dass die Wicklung des Stoffes halt das Wort Sex ergibt und sowas. Und das, wie soll ich sagen, das funktioniert ja auch. Und diese Prinzessinnen-Programmierung, die du gerade angesprochen hast, ist definitiv massiv vorhanden. Das ist ein Riesenproblem, meines Erachtens. Da geht ja auch dieser Neofeminismus-Vortrag sehr viel darum. Und das Hauptproblem ist ja, dass die meisten Erwachsenen sich, also vor allem die Eltern, sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie zulassen, was ihre Kinder sich da angucken und sich antun damit. Und ein ganz, also noch ein, im Grunde genommen schlimmerer Faktor ist ja, dass sehr viele, also ich sage jetzt mal aus, ich kenne in meinem Bekanntenkreis eine ganze Menge Leute, die dann zum Beispiel auch, ja, ihre Kinder zum Beispiel einfach dann bei der Playstation sitzen lassen und mit, keine Ahnung, also im minderjährigen Alter, also nicht volljährigen Alter, Hardcore-Spiele spielen lassen, die im Normalfall ab 18 sind und sowas. Das ist sicherlich nicht förderlich für Moral und Werte und all sowas, ganz sicher nicht. Und eine Sache noch bei Disney ist noch anzumerken, sämtliche Hauptcharaktere, sämtliche Kinder sozusagen, die Hauptcharaktere sind, haben immer nur einen Elternteil oder sind vollweise. Das ist bei allen Disney-Filmen, glaube ich, seit Anfang an immer das Programm. Ah, ja. Ah, verstehe, ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber das, wenn ich kurz mal wühle, ja, ist es so, ja. Heftig. Aber das tatsächlich, das mit dieser Computertechnologie, das ist ja gang und gäbe. Es gibt noch eine andere Geschichte, die auch wirklich ganz, in eine ganz falsche Richtung geht, ist, dass man, wir haben ja auch über die Weiblichkeit schon geredet, dass man kleine Mädchen einredet, dass sie sich auf Instagram und Facebook präsentieren müssen. Also ich habe das selbst erfahren, ich habe lange Jahre, ich war verheiratet, dort gab es zwei Kinder, waren meine Stiefkinder sozusagen und musste dann erleben, wie da wirklich, wie wichtig das war und mit was für aufreizenden Gesten dann einfach auch mit Kuss, Mund und da reden wir halt über 10- bis 12-Jährige, weil Facebook darf man eigentlich erst ab 14 und die haben sich dann halt reingeschlichen und man konnte bei vielen Dingen gar nichts machen, weil sie es dann bei anderen machen konnten. Das heißt, wenn man es daheim nicht machen kann, weil die Computer kontrolliert werden, macht man es dann dort und dann gab es die Smartphones, dann war sowieso irgendwie Ende Gelände, dann, also vollkommen krass und das wird dann auch noch präsentiert. Also die Frauen, die das sehr extrem machen, sind dann auch unfassbar erfolgreich. Das heißt, das ist sogar nachher strebenswert auf einer gewissen Ebene, ja, das sind dann die, wie heißen sie, wie nennt man das, die Beeinflusser, wie heißt das auf Englisch? Influencer. Genau, die Influencer, das bist du dann ganz wichtig, ja, und da gibt es auch so ein paar, ein paar richtig krasse Leute, da können wir vielleicht auch mal kurz landen, da gibt es einfach auch eine ganz klare Tendenz, das ARD, ZDF und die größeren Medienhäuser entdeckt haben, dass es Sinn macht, eigene Jugendliche und junge Erwachsene zu featuren und sie zu positionieren, um Meinungsmache zu machen. Also auch wieder eine ganz krasse Manipulation und dann gab es auch so ein, eigentlich schon so ein Fake-Angriff auf die CDU, CSU von diesem, dieser blauhaarige Typ oder so, ja, der im Prinzip Mainstreaminger geht schon gar nicht mehr, ja, der hat jetzt auch letztens ganz krasses Video gemacht gegen sämtliche Verschwörungstheorien, also alle schon wieder, ja, alle seine Jugendlichen, die an ihm dranhängen, wieder schön alle auf Kurs bringen. Das haben die auch entdeckt, also ist auch YouTube mittlerweile überhaupt nicht mehr alternativ in dem Sinne. Richtig, und ich meine jetzt, also die Jugend zu beeinflussen ist leichter denn je, denn es wird ihnen ja mehr oder weniger klar gemacht, dass es Wissen nicht gibt und dass man alles erfüllen soll und dass es halt nicht wichtig ist, etwas zu wissen und sowas. Deswegen wird dann ja auch, also das, was du gerade bei Instagram angesprochen hast zum Beispiel, also ich sage jetzt einfach mal ein hartes Wort, ich sehe das als Online-Prostitution. Also man prostituiert sich online sozusagen für Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist ja jetzt nun inzwischen halt auch eine Währung geworden für junge Leute, weil sie halt, ja, ich will sagen, nicht mehr in Genuss einer Familie gekommen sind und sowas. Und dazu kommt ja noch, dass zum Beispiel bestimmte Leute haben ja die Algorithmen von Facebook zum Beispiel untersucht und es ist ja mehrfach bekannt geworden, dass Facebook Psychospielchen mit seinen Benutzern macht, dass sie bestimmte Nachrichten zurückhalten, zum Beispiel um schlechte Laune zu verbreiten und sowas alles. Und wenn es einen Algorithmus gibt, der einen unglücklich macht, dann ist es Facebook und wenn es ein, sag ich mal, ein Programm, ein Algorithmus gibt, der einen, ich sag jetzt mal, geil macht und halt in, ne, auf niedriger Schwingung hält, dann ist es Instagram. Und die beiden Programme oder Algorithmen, wie immer noch das man nennen will, wurden halt soweit perfektioniert und ja, also es ist, ich finde es einen sehr, sehr erschreckenden Trend, gerade dann halt auch wirklich die ganz Jungen sozusagen dann zum Beispiel zu motivieren, keine Ahnung, Tanzeinlagen zu machen, mehr oder weniger in Bikini und so weiter und sowas und dass sie da in eine Art von Wettstreit treten, im Grunde genommen in einem Alter, ja, was noch, also viel zu früh ist, im Grunde genommen sich überhaupt damit zu beschäftigen, aber das geht ja auch dann mit dieser ganzen gewollten Frühsexualisierung, wie auch zum Beispiel diese Sache, was ja auch, ich glaube in der Schweiz und in Österreich ja schon durchgedrückt wurde, dass man sich dann Erotik- oder Pornofilme im Sexualkundeunterricht in der sechsten Klasse anguckt. Das ist ja, das ist ja auch dann eine Art von Traumatisierung, die man durchläuft und ich halte das, also ich halte das für extrem bedenklich. Da gibt es extreme Auswüchse, also bei Twitch zum Beispiel, das wissen vielleicht viele nicht, also die wahrscheinlich kennen auch viele die Plattform gar nicht, das ist im Prinzip das YouTube der Gamer, da kann man live streamen, das ist sehr beliebt, da schauen, das ist eine Riesenplattform, hat Amazon gekauft, also es wird auch sehr ernst und sehr wahrgenommen und dort zum Beispiel, das war wirklich, ich habe erst gedacht, das ist ein Witz, da kann man sich E-Girls buchen. Das heißt, wenn du ein Gamer bist und du hast einen Stream und du willst mehr Aufrufe haben, dann sind Mädels immer super, dann gibt es da Kosten, das heißt, wenn die mit Webcam mit dir mitspielt oder nur mit der Stimme, dann kannst du dir für ein paar Stunden Mädel buchen, wo du sagst, das ist doch schon Prostitution, da geht es doch nur darum, dass du dann dadurch mehr Aufmerksamkeit hast und bei Twitch noch eine andere Geschichte, das haben wirklich, also die Pornosternchen, die sich vorher vor der Webcam geregelt haben, haben entdeckt, dass sie bei Twitch, wenn sie irgendwie auf einem völlig unterirdischen Niveau zwar ein Spiel spielen, aber so ein bisschen einfach so die Brüste in die Webcam drücken, dass sie da viel mehr Aufrufe haben, als sie es, als sie vorher hatten, also noch viel mehr Geld verdienen, weil sie ganz schnell Partner wurden. Das hat Twitch dann so ein bisschen unterdrückt, dass sie haben, eine Klamottenregel gibt es dort, also man kann das nicht mehr in dieser Deutlichkeit machen, weil früher durften die da halbnackt sitzen, das ist nicht mehr ganz so einfach, also die haben das zwar erkannt und wollten das nicht so deutlich in ihrer Community haben, aber dennoch, es findet immer noch statt, also das ist unfassbar, was die Weiblichkeit missbraucht wird und wie leicht sich Männer und Jungs sich dazu manipulieren lassen, weil es einfach noch erfolgreich ist, das ist das unfassbare eigentlich daran, also welche Ausmaße das annimmt, wir haben es halt gerade gesagt, es gibt noch andere Plattformen, wo es halt entsteht. Komm, gut, gerne. Nein, ich war halt echt, also das mit Twitch zum Beispiel war mir komplett neu und ich meine gut, dass du das mit der Klamottenregel gesagt hast, weil als ich direkt anfing zu schmunzeln, habe ich dann direkt gefragt, wenn ich dann die Dame bezahle, darf ich dann auch aussuchen, was sie anhat oder wie läuft das? Ich meine, ich finde, das ist, also, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man echt drüber lachen. Also, ich war geschockt, ich war geschockt, ich habe es für einen Witz gehalten, also, ich dachte, die Leute, mit denen ich das zu tun hatte, ich habe ein kurzes Experiment, das ich jetzt dann abschließen werde, in der Gaming-Szene wieder gemacht, eine alte Community, die halt sich immer an mich erinnert haben, weil ich vor zehn Jahren da mal viele Videos gemacht habe, da habe ich YouTube gelernt, zu der Zeit, das werde ich jetzt demnächst abschließen und bin dann da durch, aber da hat wirklich jemand für einen Serverstart von einem Game, wo das überhaupt nicht passt, hat sich ein E-Girl gebucht und ich habe es echt für einen Scherz gehalten und dann habe ich erfahren, das geht. Das ist so, und dann für, also auch nur für fünf Dollar die halbe Stunde oder so, wo du sagst, und dann wird das aber auch organisiert über eine Seite, also du hätte jetzt zum Beispiel die gar nicht, wenn er gesagt hätte wollen, ich will dich jetzt für morgen auch haben, dann wäre das gar nicht gegangen, er muss das über die Seite buchen, also wo du sagst, okay, der Zuhälter will immer mitverdienen, das ist unfassbar, wie parallel das organisiert ist zur wirklichen Prostitution, und die Leute finden es witzig und lassen sich da ausnutzen, die Mädels spielen da mit und finanzieren sich halt irgendwie, weil es ihnen eh langweilig ist oder was auch immer, dann ihr Studium oder, ich verstehe auch nicht, was man mit fünf Dollar anfangen könnte, aber hey, wir reden auch über Corona-Zeit, ich bin da, ich weiß wirklich nicht, wie schlecht es den Leuten auch in Amerika geht, das ist eine amerikanische Plattform auch gewesen, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso organisiert ist, aber da müssen wir aufpassen, weil Amerika ist wirklich gerade richtig am Hintern, wirtschaftlich gesehen, da sind die Zustände anders als bei uns, wenn dort einer Pleite geht, dann wird er nicht so aufgefangen, wie das bei uns hier ist, mit dem sozialen Netz, wir haben auch das schon mal angesprochen in der Sendung. Verlassen wir das mal kurz, also es sei denn, du hast noch was, dann gibt es aber auch so dramatische Dinge, vielleicht kriegen wir da auch wieder so ein bisschen die Kurve in diese technische Geschichte, weil, den Namen haben wir jetzt gar nicht erwähnt, das hat mich ziemlich geschockt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und diese Videos von ihr gesehen habe, Dr. Catherine Horton. Ja. Nee, war es, ist es eine Astrophysikerin? Ich weiß es gar nicht, ja. Auf jeden Fall hat sie in CERN gearbeitet, also wirklich eine ganz schlaue Frau, die unfassbar gute Videos macht und auch Interviews gibt über das Thema Implantate und dass das in einem ganz großen Maße schon längst Realität ist und vor allem in welchem Maße der Geheimdienst tätig ist, dass auch ganz viele Menschen auf der Welt beim Geheimdienst tätig sind. Also nicht nur jeder Zwanzigtausendste, sondern so jeder Dritte so ungefähr. Also wo du sagst, unfassbar, was 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 sie erzählt. Da, ich meine erste Reaktion auf die Geschichte und dann lasse ich dich gleich drauf los, war, wenn ich das, wenn das Realität ist, dann haben wir gar keine Chance. Das war so meine, dann sind wir so, wenn alle gechippt sind und letztendlich alle Polizisten, alle Soldaten, alle Politiker sind eh alle gechippt und können kontrolliert werden, hey, wie können wir uns denn dagegen noch wehren? Ich denke durch Masse, ganz einfach. Und, also ich, also ihr Kanal Stop 007 ist definitiv sehr empfehlenswert. Sie spricht auch sehr viel über Psychopathie und Psychopathen und diese ganze hierarchische Struktur und wie diese Leute vorgehen, etc. pp. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert, definitiv. und ich war persönlich zum Beispiel extrem schockiert, als ich die Aufnahmen sah, wo sie sich hinlegt und unter Beschuss steht. Also wo man dann wirklich sieht, dass, ja, die Alufolie, unter der sie sich einzudeckt, zum Beispiel, dass die sich dann halt bewegt und Einschläge an dem Mikrofon zu hören sind und so. Und das hat mir zum Beispiel überhaupt erst die Augen geöffnet, dass ich halt hier sowas Gleiches erlebe. Also, ich habe halt ähnliche Geräusche und Effekte und so weiter. Ich bin allerdings halt, ja, zu einer anderen Methode gegangen und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie das Video hier sieht, weil ich hätte da so ein paar Tipps, also die Alufolie, ich war ein bisschen erstaunt, dass sie, ich meine da, sie ist Kernphysikerin, also Nuklearphysikerin, wenn sie mit, mit Elekt, also mit Projektilen beschossen würde oder mit Strahlungen, ist halt eine dünne Alufolie nicht wirklich hilfreich, meines Erachtens. Nachdem ich begriffen habe, dass ich hier ebenfalls unter Beschuss stehe, habe ich mir diese Gewichte, die man an Arme und Beine tun kann, rausgesucht und die sind mit, also es ist daumendick Blei drin in diesen Fächern, sind einfach nur Bleikugeln sozusagen und die habe ich mir so postiert, dass sie eine Art von Sandsackbarriere ergeben, dass ich halt zumindest meinen Kopf schützen kann, wenn ich schlafe. so und das wäre zum Beispiel, also das wäre halt einer der Tipps, die ich hier gerne weitergeben wollen würde und die Sache mit den Chips zum Beispiel, das ist mir überhaupt jetzt auch letztens wieder bewusst geworden an mir selber, dass ich, seitdem ich, ja, also seit meinem letzten Besuch mit meinem Vater in England, das war, da war ich 15, 16 meine ich, so um den Dreh, dass ich auch eine Anomalie einfach hier am Hals, am Schlüsselbein und da ist es halt jemandem bei einer Massage aufgefallen, dass da halt ein Reiskorn großer, fester Gegenstand drin ist und wenn das ein Splitter wäre oder sowas, wäre der ja schon längst rausgewachsen und so und da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, auch diese ganze Sache mit den Naniten und so weiter, habe ich mich damit weiter mit beschäftigt und habe mir Gedanken gemacht, wie man das Ganze deaktivieren kann, ganz einfach und eine der Möglichkeiten ist, wie auf meiner Seite beschrieben, zum Beispiel durch Neodymagneten, indem man die einfach halt an diese Stelle hält und dann für mehrere Minuten einfach da drauf hält, dass die, dass der Magnetismus sozusagen die Chips, die da drin sind, einfach halt kaputt macht, dass das, dass es entladen wird. Eine weitere Möglichkeit ist, das Ganze zum Beispiel halt mit einem, ja, mit Strom sozusagen, also mit einem elektromagnetischen Feld sozusagen zu verstärken und da habe ich mir jetzt halt auch ein Gerät gebaut, was ich für sehr effektiv halte, nicht nur um Naniten in unserem Blut, also in unserem Kreislauf sozusagen zu deaktivieren, sondern auch halt diese Implantate zum Beispiel zu deaktivieren, die unter der Haut ja, befestigt werden, ganz einfach und das ist zum Beispiel eine der Sachen, ja, auf die leider, also ich weiß nicht, das ist schon sehr lange her, dass ich hier im Kanal gefolgt bin und ich war halt auch dann sehr geschockt und habe dann da selber angefangen Sachen zu machen und habe dann auch nicht mehr weiter ihrem Kanal gefolgt, aber das wäre zum Beispiel wirklich eine der, der Sachen, die ich hier empfehlen würde, zum Beispiel halt diesen Neodym-Magneten mit 10 Kilo Tragkraft einfach auf diesen, dieses Implantat drauf zu legen und das einfach für 5 Minuten da liegen zu lassen, weil wenn da irgendwelche Art von Chips und Sensorik drin ist, die ist danach definitiv so dermaßen gestört, dass der Chip aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr seiner Funktion nachgeht und das würde ihr Leben dann auch einfach etwas vereinfachen, weil, ja, sie halt nicht mehr so leicht zu finden ist und eine weitere Dame zum Beispiel, die ja auch sehr viel unter elektronischer Belästigung leidet, ist halt die Dame Carolyn Cassidy von Project Camelot, der ich halt auch sehr, sehr lange, über viele Jahre gefolgt bin und sehr viele von ihren Interviews gesehen habe und sie sagte halt auch ganz klar, dass wenn man zum Beispiel einen starken Magneten in seiner Hosentasche trägt, dass allein dieser Magnet da ausreicht, um die elektromagnetische Signatur des Körpers zu verändern, sodass man halt von bestimmten Techniken nicht mehr als Ziel erfasst werden kann, ganz einfach, oder dass es halt wirklich schwieriger ist, zum Beispiel eine bestimmte Technik an einem, auf einen zu richten, weil man dann halt nicht mehr klar in dem Fadenkreuz zu sehen ist, sondern eher verwaschen. Also bei deiner Abwehr gegen die Naniten und gegen diese Implantate, da habe ich echt immer so das Gefühl, du sitzt da auf einer One-Billion-Dollar-Idee. Aber du hast das selbst als Bauanleitung bekommen, du hast das nicht selbst entwickelt oder hast du da selbst was dran geschraubt? Also ich habe durch die ehemalige Jesuiten und Carrie Burner bin ich auf bestimmte Leute gestoßen, die sich schon sehr lange mit diesem Thema Naniten und wie man diese Naniten entfernen kann gestoßen und habe auch bestimmte Techniken von ihnen gesehen, wie sie das machen. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Maschine, die vorgeschlagen wird, um Naniten zu entfernen, habe ich zum Beispiel selber noch nicht nachgebaut, weil es halt auch relativ, also ich habe jetzt halt so ein bisschen zusammengerechnet, es werden halt so Kosten um 80 Euro, also um nur um das Gerät zu bauen und da braucht man halt auch bestimmte Flüssigkeiten dazu und das würde halt auch relativ lange dauern, um die alle rauszukriegen. Aber es gibt zum Beispiel den sogenannten Rotweintest, wo jeder Einzelne persönlich nachsehen kann für sich selber, ob er halt diese Naniten zum Beispiel in sich hat oder halt, ich meine, okay, sie sind halt im Grunde genommen überall auch in unserer Luft, also überall, wo gesprüht wurde, Chemtrail-technisch, atmet man das ja auch ein und ich bin dann auf einen Herren aufmerksam geworden, der ein Video gemacht hat, wo er im Grunde genommen, also ich sage das Gerät jetzt einfach mal, so ein Gerät gebaut hat, das ist ein PTB-Taser, also das ist mit Polizeisiegel und das ist einfach halt ein Draht mit Wicklung und hier sind zwei Neodym-Magneten N4510-Kilo-Tagkraft und das ist halt hier der Taser, der einfach als Stromquelle dient, das sind 200.000 Volt und er, also diese Person saß im Auto und hat halt innerhalb von fünf Minuten sozusagen dieses Gerät, also diese Wicklungen und so weiter gebastelt und das sehr einfach demonstriert und sagt da halt, dass dieses Gerät sehr praktisch ist, um zum Beispiel Implantate und ja, Naniten zu deaktivieren. Das ist allerdings nur ein temporärer Faktor, ich habe das Gerät leider noch nicht so stark bekommen, dass zum Beispiel ich jetzt ein altes Telefon oder sowas halt damit schrocken könnte, aber es ist definitiv soweit effektiv, dass man, wenn man sich das Gerät, also wie bei einem Flugzeug, also wenn man beim Zoll steht und die dann mit diesem Metalldetektor sozusagen an einem lang gehen, wenn man genau die gleiche Bahn sozusagen verfolgt, mit dem Gerät ist man innerhalb von ich sag jetzt mal 30 Sekunden ja, befreit von dem Einfluss der Naniten, weil das, also es ist, ich habe es auf meiner Seite so beschrieben, wie wenn man sich an einem heißen Sommertag ein Glas von irgendeiner kalten Flüssigkeit zum Beispiel in die Stirn hält, das ist es ist ja am Anfang erstmal an der Stelle sehr kalt, aber die dieser kühlende Effekt geht dann halt über den ganzen Körper und den ganzen Kopf über und das ist einen ähnlichen Effekt hat man mit diesem Gerät ebenfalls. Auf meiner Seite habe ich eine Technik mit zwei Neodymagneten beschrieben, die man halt an bestimmte Stellen zum Beispiel halten sollte für eine Minute um sich von diesen Naniten, die in dem Kopf sind, weil die Hauptbasis ist einmal halt unter dem Schädel direkt und einmal halt unterhalb des Steißbeins und entlang der Wirbelsäule ist sozusagen deren Highway und wenn man diese beiden, also gerade das Zentrum unterhalb des Kopfes deaktiviert, dann ist es schon ein interessantes Gefühl, es ist halt wirklich so, als wenn man sich eine glaskalte Flüssigkeit über den Kopf gießt und einfach wieder klarer wird. Das ist echt erstaunlich. Krass, also ihr merkt, es war wichtig, aber ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wir sagen doch, die Leute sollen dir nicht so viel anschreiben. Was glaubst du, was jetzt passiert? Jetzt hast du den Salat. Weil es ist ja klar, dass es total interessant ist, dass die Leute die Bauanleitung haben wollen und am besten wollen sie wahrscheinlich, der eine oder andere hätte wahrscheinlich von dir ganz gern so ein Gerät hergestellt, dass du es ihm bitte zuschicken kannst. Ich weiß jetzt ob du diese Dinge machen kannst oder inwiefern kannst du den Menschen helfen, an so ein Gerät zu kommen? Es ist, also das, was ich vorhabe, ist, die Links zu den Videos selber einfach darunter zu posten und auch zu der Homepage von dem einen Herren, der diese ganze Entnanifizierung, also diese Geräte für die Ausleitung der Nanotechnik sozusagen gebaut hat, wollte ich da drunter setzen, allerdings ist es bei dem zum Beispiel so, dass er noch größere Schwierigkeiten hat mit seinen Homepages, also er hat inzwischen glaube ich über 40 gemacht und die wurden halt alle platt gemacht und er muss halt regelmäßig umziehen mit seinen Informationen, deswegen ist es ganz ein bisschen unübersichtlich und so, aber die Videos sind teilweise auf anderen Plattformen noch zu haben und die würde ich dann einfach einfach so wie sie sind auf Englisch darunter setzen und im Grunde genommen ist es halt wirklich also ich bin halt eher ein Technikfreak was Computer angeht und so weiter aber ich bin jetzt nicht unbedingt stark in Mechanik und so weiter aber man braucht im Grunde genommen nur einen Draht und den wickelt man um irgendeine Dose eine Flasche oder sowas um diese Wicklung hinzubekommen und da schließt man eine Stromquelle an und in diesem einen Video hatte der Herr einen Taser und dieser PTB Taser also dieser PTB geprüfte Taser kostet 39 Euro was nicht unbedingt viel ist und 200.000 Volt ja reicht im Grunde genommen als Spannung definitiv aus also das Feld von dem Gerät ist etwa fast einen halben Meter das heißt man kann sich damit sehr schnell reinigen und man merkt das Einzige was man merkt ist wenn man sehr sensibel ist merkt man ein Kribbeln in der Aura aber ansonsten nichts es wird sicher den einen oder anderen Bastler geben der sagt das ist echt einfach aber Ruk du unterschätzt da ein bisschen deine Fähigkeit weil ich weiß dass der ein oder andere würde nicht mal sein Computer aufschrauben um was auszuwechseln und das ist für dich auch eher Pille-Palle und deswegen siehst du das wahrscheinlich unter falschen Gesichtspunkten du weißt wahrscheinlich was man auch noch können könnte aber ich glaube dass du da schon letztendlich ein Talent auch für diese Dinge hast und die Fragen werden dich erreichen da bin ich mir ganz sicher du kannst dich ein Gerät hoch halten das ist gegen Nanit und dann die Leute sagen ich bin gespannt was da draus wird weil ich glaube das wäre auch wichtig und du hast glaube ich auch eine Zeit lang dich gescheut das zu zeigen weil du gesagt hast dann ist alles vorbei dann machen sie sämtliche Kanäle von mir dicht und dann bin ich im Arsch so ein bisschen in die Richtung ging das oder? Ja das also ich meine ich habe dir das ja gesagt es gab ja diese so zwei drei Schwellen Punkte wo mein Leben einfach wirklich schwieriger geworden ist und der letzte Schwellenpunkt war definitiv das als ich mich mit diesem Thema Naniten beschäftigt habe und mir dann auch ganz klar geworden ist dass ich dazu was sagen muss vor allem nachdem ich hatte ja also ich hatte eine ganze Stange von diesen Neodymagneten und die sind wirklich sehr sehr stark aber ich habe die natürlich an Freunde weitergegeben und habe denen gesagt so hey hier benutzt die und so weiter aber natürlich die Leute die es ganz besonders nötig hätten tun es natürlich nicht so und jetzt bin ich halt bei habe ich jetzt halt noch zwei und im Grunde genommen also man kann sehr dieses Gerät sehr variabel bauen man muss nicht unbedingt diese Magneten haben es ist im Grunde genommen es ist halt nur wirklich wichtig und das kann man halt wenn man ein bisschen sich mit Elektromagnetismus auskennt und ich kenne mich damit nicht aus also klar ich kann an meinem PC rumbasteln aber ich bin zum Beispiel wirklich unfähig also ich habe da zwei linke Hände zum Beispiel mein Fahrrad zu reparieren das klingt jetzt dämlich aber es ist wirklich also ich bin da vielleicht so ein bisschen ein Fachidiot aber was wirklich im Grunde genommen wichtig ist ist dass man es hinkriegt einen Draht von ich sage jetzt mal einer Meter Länge um eine Flasche zum Beispiel zu wickeln um einen Flaschenboden dass es halt eine Wicklung gibt von unten nach oben dass es halt keine Überkreuzungen gibt und so weiter und so fort dann zieht man das von der Flasche ab wickelt das mit Tesagrepp oder Isolierband ab und schon hat man im Grunde genommen den Hauptteil der Arbeit erledigt wenn man jetzt einfach nur einen Metallkern in diese Spule rein tut dann verstärkt es diesen ganzen das elektromagnetische Feld halt nochmal ich habe mir das selber alles nochmal per Videos und so weiter nochmal reinziehen müssen weil ich das alles nicht mehr auf dem Schirm hatte aber dank YouTube ist es ja möglich gerade jetzt zum Beispiel bei solchen Sachen wie Elektromagnetismus und sowas und sich da die Informationen zu holen und ja im Grunde genommen braucht man da halt noch eine Stromfülle und ich meine ich würde also ganz klar bitte Leute tut das nicht in die Steckdose Gibt es dazu ein Video das genau die Anleitung zu diesem Gerät ist oder ja genau also das ist das Wichtige weil sonst hätte ich gesagt musst du das machen tut mir leid dann musst du so ein Ding nochmal bauen ein bisschen Kamera filmen und dann ist das hätte man ein Making-of von diesem Ding oder in dem Fall wirklich im wahrsten Sinne das Wort ist ein Making-of also dass man dass man dass man zeigt wie man sich das selbst basteln kann weil das kann man den Leuten jetzt auch schon sagen du wirst jetzt nicht in die Großproduktion gehen und du wirst nicht für andere diese Geräte bauen das ist glaube ich wichtig nochmal zu sagen weil darauf habe ich ja abgezielt dass das diese Fragen können dich ereilen und jetzt haben wir das auch mal gleich geklärt das wird es jetzt nicht geben liebe Leute erstmal vielleicht findet sich jemand der darauf Lust hat der da vielleicht auch eine Geschäftsidee wittert es ist nicht schlimm dass man auch damit Geld verdient solange es halt in dem Rahmen ist wo es fair ist kann man auch gute Dinge die ja auch logischerweise in der Herstellung auch Geld kosten also es ist ja nicht nur die Arbeitszeit sondern auch das Material kann man auch was verlangen wir leben halt auch in der Zeit wobei mir da einfällt da wollen wir auch demnächst drüber sprechen über den lieben Mammon und über Geld und über diese diese Dinge jetzt habe ich noch einen Gedanken gehabt weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Zukunftstechnologie die schon da ist also das Ganze hat eigentlich ist eigentlich entstanden durch das Video das ich heute an ein paar Leute weitergeleitet habe das ich selbst heute erst entdeckt habe das war eben wo jemand die Technik vorführt diese Videotechnik dass man sich selbst abfilmt und dann kann man kann man so projizieren dass man Trump ist und der spricht dann genau das was man spricht also macht die Kopfbewegungen macht die Augenbewegungen kannst die Augen auf zumachen Mund stimmt perfekt alles alles exakt und das ist die Technologie die wir jetzt gerade sogar zur Verfügung hätten also ich könnte mit meinem vernünftigen Rechner könnte ich es auch machen also ich könnte jetzt hier WUG als Trump dastehen lassen mich als Putin vielleicht hätte man mehr Aufrufzahlen aber wahrscheinlich würden wir verhaftet werden weil wir so ein Schmarrn reden in dieser Aufmerksamkeit wer weiß ich weiß es nicht aber die Technologie ist ja dann immer so ein eigentlich so ein Abfallprodukt von etwas was schon lange da ist und wenn das so ist wenn diese Technologie schon so lange da ist und da reden wir auch jetzt und das war mein Gedanke eigentlich über diese Verjüngungstechnologie die du letztes Mal geredet hast über diese Tabletten zum Beispiel und dann reden wir auch über Klone also über wirklich etwas wo wir sagen was was gibt es denn noch ja dann frage ich mich stirbt denn wirklich ein Mensch den wir der Elite dazu ordnen oder hat er einfach nur seinen Klon weggeräumt und lebt eigentlich weiter weil er weiß wie man ewig jung ist also wenn es diese Technologie oder diese Art der Beeinflussung schon gibt dann sind die ja unsterblich jetzt schon weil sie das ja wissen also wenn es diese Technologie gibt und es einfach nur vier Pillen sind wie du es letztes Mal beschrieben hast nur als Beispiel dann wäre es kein Problem zu sagen okay mein Klon ist jetzt tot ich bin jetzt wieder ich bin jetzt der oder der oder steuer jetzt das oder das also wie kann man sich das vorstellen wie tief geht es noch also wie wie groß ist das was dann hinter noch ist oh das also ich würde sagen gigantisch also allein zum Beispiel das Thema Klonen also bisher haben sie es ja noch nicht hingekriegt dass man dass die Klone wirklich die gleichen Eigenschaften haben wie das Original es gibt ja immer einen gewissen Schwund und aber man kann also ich muss jetzt gerade überlegen wie ich das formuliere also ich habe davon gehört dass Klone schon sehr lange gemacht werden auch jetzt zum Beispiel gerade für diese Elite und so weiter zum Beispiel für bestimmte gefährliche Auftritte und sowas dass das oder Ablenkungsmanöver dass dann sozusagen Klone benutzt werden die dann öffentlich gezeigt werden sozusagen und die echten Personen eine andere Route gehen aber es gibt ja auch dann zum Beispiel die Möglichkeit ich habe davon gehört angeblich soll das soll das möglich sein und ich hatte auch irgendwann mal einen Link zu einer Firma die das angeboten hat dass man für ich meine 10 Milliarden Dollar sein Bewusstsein in ein in ein Computernetzwerk zum Beispiel hochladen kann also in einer auf einer Art Festplatte speichern kann und da kommen wir dann halt direkt zum nächsten Schritt Robotik Kybernetik Androide also um eben die die Sachen auseinander zu halten also Roboter sind im Grunde genommen Maschinen die nicht eigenständig denken können während halt Cyborgs sind menschenähnliche ja Einheiten die auch zum Beispiel eigenständig denken könnten oder halt eigenständig sozusagen Sachen entscheiden können etc und wenn man zum Beispiel dann sein Bewusstsein in so einen Androiden oder in einen Cyborg zum Beispiel einspeisen würde wäre man dann das ist ja auch einer der Ziele unserer Elite dass sie einen Körper erschaffen wie zum Beispiel durch einen Androiden also der biologische und kybernetische Teile hat oder halt einen reinen Cyborg sozusagen dass man dort sozusagen das Bewusstsein hochlädt und mit diesem so gut wie unzerstörbaren Körper weiterlebt und man hätte dann ja auch keinerlei Altersschwierigkeiten und so weiter und so fort man hätte sicherlich keine Gedächtnisprobleme weil ich meine Speicherplatz ist da ja relativ leicht dazu zu fügen sagen wir es einfach so und also ich habe schon von Leuten gehört dass solche also dass zum Beispiel ganze Armeen von Cyborgs und Androiden schon unterirdisch gebaut werden und wurden und das hängt ja auch dann mit diesem ganzen KI Gedanken zusammen dass die KI braucht ja sozusagen Fußsoldaten und irgendwann ich meine der ganze Gedanke jetzt zum Beispiel mit der KI wenn man jetzt wirklich einfach mal annimmt dass wir schon eine KI hier haben eine wirkliche künstliche Intelligenz die auf Technik also das was wir Technik würden Silikon basierend dass die hier schon existiert wenn die jetzt wenn diese KI Zugang zu unserem Internet hat und damit natürlich auch zu unseren Fernsehsendern und so weiter und so fort und sieht was was alles ja da vorhanden ist und ich meine jetzt halt nicht nur das normale Fernsehen und Internet sondern auch vor allem Dark Web und solche Sachen wo ja auch wirklich ganz ganz schlimme Dinge zu sehen sind was für einen Eindruck hätte diese KI von uns Menschen auch jetzt in Anbetracht zum Beispiel dessen was wir anderen Spezies und unserem Planeten antun und wenn also diese KI zum Beispiel ja uns feindlich gesonnen wäre irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre es natürlich sinnvoll für sie eine gewisse Art von Soldat bauen zu lassen die unter ihrem Kommando steht die möglichst keine biologischen Teile hat damit sind wir wieder bei der Matrix Geschichte da sind wir bei Matrix da sind wir bei Terminator also da sind wir auch wieder bei Hollywood angelangt und ich glaube was man auch eigentlich sagen kann dass die Menschen sich nichts einfallen lassen haben können was es nicht schon gibt wenn man das wenn man mal so offen zumindest als Theorie und als Philosophie an diese Hollywood Filme rangeht dann wird einem schon irgendwo auch schwindelig das was du gerade gesagt hast dass man Bewusstsein transferieren kann um sich vor dem Tod zu retten da gibt es zum Beispiel eine Amazon Serie die heißt Upload da sterben die Menschen nicht mehr sondern sie werden dann in eine Computer Welt transferiert und das Sozialkritische daran ist dann dass es je nachdem wie viel Geld du hast es kostet alles Geld auch in der Upload Geschichte das geht alles von deinem Konto runter und irgendwann hast du vielleicht kein Geld mehr und kannst besondere Features nicht mehr aufgreifen kannst du nicht mehr frühstücken hast du keinen Penis mehr also es wird auch sehr humoristisch verpackt aber die Idee ist halt irre dass wir uns des Natürlichsten verweigern nämlich den natürlichen Tod den Übergang wieder zu einem anderen Bewusstsein wieder völlig dort zu sein wo es uns wo wir eigentlich unseren natürlichen Lebensraum haben wir sind länger ich glaube du hast es auch letztes Mal gesagt wir sind länger tot als wir lebendig sind sozusagen und wenn man sich dessen verwehrt und versucht hier krampfhaft an dieser Welt festzuhalten pervertiert das ja auch unsere Erfahrungen die wir eigentlich hier machen wollten richtig das ist ja auch einer der Punkte also zum Beispiel bei einem Satanisten also die erste Regel ist Überleben für jeden Preis also um jeden Preis und Überleben heißt ja auch zum Beispiel dass man Sklaverei akzeptieren würde es heißt ja nicht es heißt ja nicht Leben in Freiheit oder Gedeihen oder sowas sondern es heißt Überleben so und ja ich denke dass dieser ganze Gedanke zum Beispiel des Überlebens und sowas ich meine klar ist es wünschenswert aber ich denke wir sollten erstmal das Problem mit Freiheit klären für uns selber und dann auch zum Beispiel uns selber einfach wieder die Freiheit nehmen ja wirklich natürlich zu sein denn im Grunde genommen haben wir ja das was du gerade mit Upload beschrieben hast haben wir ja in natürlich durch diesen Reinkarnations Prozess und da sind ja auch große also ich weiß von einem Buch ich weiß jetzt leider nicht die beiden Autoren aber sie haben ich meine irgendwas um 600 Kinder interviewt die sich bis zum Alter von 6 Jahren an ihr Vorleben erinnert haben und halt ganz genau wussten zum Beispiel in welchem Einsatz sie gestorben sind was ihr militärischer Codename war und welche Leute um sie herum waren etc. pp und das sind ja zum Beispiel auch solche Teile die aus der Bibel ganz klar rauszensiert wurden weil für die Elite ist es natürlich der absolute Horror wenn die Leute wüssten dass wir wiederkämen und das ist auch eine der Knackpunkte die ich halt auch so ein bisschen traurig finde wenn man davon ausgeht dass wir zwei Generationen brauchen wie es ja auch im Law of One gesagt wird dass wir wiederkommen sollte sich vielleicht jeder einfach mal seine Gedanken machen wann es denn wohl einfacher ist einen reellen Wandel zu erzeugen hier bei uns auf der Welt auf unserer Gesellschaft und so weiter entweder jetzt oder in zwei Generationen und ich würde mal ganz klar sagen wir haben jetzt eine viel bessere Chance auch wenn es teilweise wirklich schwer scheint und so weiter aber wir haben wirklich jetzt gerade eine viel bessere Chance wirklich was zu bewegen als in 40 Jahren denn wenn wir uns die Bewirkungszahlen ansehen und auch diese ganze Geschichte mit dem Erwachungsstaat und den Erwachungssystem und Mikrochippung und so weiter das ist ja noch alles das ist ja alles noch sozusagen die feuchten Gedanken unserer angeblichen Besitzer wir können das durch ist und wir wirklich alle gechippt sind und hier 5G oder 7G oder was weiß ich was auch immer am Anstart ist und so ich denke das wird dann deutlich schwieriger werden diesem Griff zu entkommen das muss man noch ganz kurz erwähnen auch wenn wir darüber wisst ihr ja selbst so viel also über die Technik die uns auch manipuliert also WLAN Netze und dieses 5G was wir auch vorhin schon erwähnt haben also das haben wir auch nur also dass Monitore auch eine bestimmte Schwingung haben und eine bestimmte Geschichte aussenden oder wir haben auch diese Manipulation in der Musikindustrie also nicht nur mit der Symbolik mit der da gespielt wird sondern auch über dieses 44 Herz genau 44 Hertz oder 440 Hertz der Kammerton A der nicht auf den falschen Schwingungen läuft der 432 Hertz wenn er laufen würde wäre es eine viel bessere Schwingung eine bestmögliche Schwingung für Musik also all das Dinge die Dinge haben wir jetzt nicht komplett beleuchtet ich möchte aber auch einen gewissen befriedigenden Abschluss finden weil wir könnten viel länger reden wir haben auch jetzt schon überzogen was ich absolut in Ordnung finde es ist absolut in Ordnung es ist ein schweres Thema und ihr habt gemerkt in jedem Detail könnte man im Prinzip eine Extrasendung machen das würde uns auch nicht schwer fallen aber du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen wir haben jetzt eine Chance ich frage mich aber dann wenn ich diese Dinge erkannt habe was ist denn mit meinem freien Willen wenn ich sage okay ich weiß jetzt um diese Manipulation ich will das nicht mehr ich bestimme jetzt dass diese Dinge auf mich keine Wirkung mehr haben dass diese Dinge in meinem Leben nicht mehr stattfinden dürfen ich sehe mich als souveränes Wesen hat es eine Auswirkung oder muss man einfach doch diese Dinge aus seinem Leben räumen und sich im Prinzip davon trennen entfernen und ja physisch sozusagen auch in Aktion treten und was ist die was ist die Lösung dieser Dinge sind es so die kleinen Geschichten wie ich habe jetzt eine Gegenwaffe erfunden gegen diese gegen diese Dinge sind es diese Dinge die uns dann befreien werden oder ist es doch wieder Bewusstsein das auf einem höheren Niveau dann nicht mehr manipulierbar ist also was ist deine Meinung ich denke alles zusammen es fängt mit Bewusstsein an dass man wirklich begreift dass man ein freies souveränes Wesen ist dazu gehört dann natürlich auch das Verhalten das heißt dass man zum Beispiel sich nicht freiwillig unter Herrschaft begibt und so weiter und so fort und natürlich gehört dann auch zum Beispiel das das Ausleiten von bestimmten störenden Einflüssen und sowas zum Beispiel gehört alles mit dazu einmal alt im Innen und natürlich auch im Außen so und das ist denke ich das gehört alles mit mit zusammen und das fängt natürlich mit Bewusstsein an man muss natürlich erst die Informationen haben und wirklich begreifen dass man ja dass wir alle ein Geschöpf des Schöpfers sind und ja im Grunde genommen frei sein sollten es aber nicht sind und daran dann arbeiten all das was uns zurückhält und uns von unserer Freiheit verwehrt die uns ja was ja unser Recht ist dass man das dann nach und nach verändert so dass wir alle frei werden und ich meine jetzt nicht nur wir Menschen sondern wirklich alle Wesen auf diesem Planeten wieder frei werden und das hängt natürlich auch damit zusammen auch jetzt mit Bewusstsein dass man dann nicht unbedingt Tiere in Gefangenschaft hält und wie ich sagen ihnen nicht nicht so schöne Dinge antut weil ja das was du anderen antust wird dir selber angetan werden und wie Leo Tolstall ja auch schon richtig sagte solange es Schlachthöfe auf der Welt geben wird gibt es Schlachtfelder das hängt ja alles miteinander zusammen aber meines Erachtens ist es wirklich wichtig nicht nur in Gedanken frei zu sein sondern dann auch ja zu handeln und man das fängt damit an mit Informationsweitergabe dass man anderen Leuten hilft bestimmte Informationen die sie brauchen zu bekommen bestimmte Anregungen zu geben man hilft sich gegenseitig und so werden wir es dann auch schaffen ja das das ist eine ganz wichtige Geschichte da müssen wir wenn es um Manifestation geht also wir müssen glaube ich sowieso mal eine tiefere Ebene finden was die Naturgesetze angeht und ich weiß Manifestation ist ganz beliebt das ist auch was ganz wichtiges jetzt in unserer heutigen Zeit also wir das wird auch mehr freigeschaltet das hat auch ein bisschen mit dem Bewusstsein zu tun mit dem wenn jeder meiner Gedanken in meinem Leben schon sich umgesetzt hätte wäre ich schon tausend Tode gestorben und hätte schon ganz viel Mist gemacht also da kann man dankbar sein dass es nicht immer so funktioniert hat aber dennoch können wir da jetzt hinkommen und gerade die Umsetzung im Physischen ist ein ganz wichtiges Thema bei der Geschichte und dann haben wir jetzt immer noch nicht über diese psychologische Kriegsführung geredet in der Tiefe in der wir es jetzt auch machen hätten können ich will es nur noch mal erwähnen wir sind uns dessen bewusst Manipulation über die Massenmedien was uns erzählt wird die Politik die uns eine Show vorspielt wo wir eben beim Vorgespräch kurz drüber geredet wo wir scheinbar die Wahl haben zwischen Scheiße und Beschissen wir wissen es aber noch nicht wir denken oh wir sind frei und wir können hier mitreden und entscheiden und unsere Stimme würde was zählen und wir sind ganz ja ganz tolle freie Bürger in der wunderbaren Bundesrepublik Deutschland also das ist ja auch eine Show die läuft die natürlich auch uns nicht wirklich frei macht sondern es noch tiefer in die Versklavung führt und wir ganz viele Dinge akzeptieren die ja eigentlich da müssten wir ja nicht aufschreien und sagen hier stopp es ist aber ganz schwer für die Einzelnen wenn du da rausschlägst landest du oft woanders weil du kriegst konsequenterweise immer Probleme mit der Polizei du fällst immer auf und das wollen ja die Leute nicht die Leute wollen ja geliebt werden die wollen ja dazugehören das ist ja das wie man sie auch bekommt das ist die große Manipulation man erzählt ihnen wann seid ihr anerkannt was ist ein schönes Leben das macht Hollywood mit wie schauen Beziehungen aus wie sollte eine Familie ausschauen all das wird einem über die Medien ständig eingefiltert ständige Meinungsmache und man denkt man wüsste was ein gutes schönes Leben ist und in Wirklichkeit sind es nicht die eigenen Gedanken die man da ja lebt sondern es sind die von anderen die nicht unser höchstes Wohl im Sinn haben und schon gar nicht dein eigenes höchstes Wohl und dessen sind wir uns auch bewusst aber ihr seht man hätte jetzt über all das was ich jetzt versucht habe noch schnell zusammenzufassen und vielleicht fällt im WUG auch noch was ein ich wollte nur die Sendung komplett machen dass wir zumindest alles mal so ein bisschen angeschnitten haben wir haben uns ein bisschen auf die Technik konzentriert weil WUG da auch sehr interessante Geschichten zu erzählen hatte und es da natürlich auch ein großes Feld gibt und wir uns vielleicht auch konkreter wehren können bei den anderen Dingen weiß ich da sind die draußen die Menschen die uns jetzt zuhören sind uns sich dessen schon bewusst und haben einfach auch viel schon ihre Konsequenzen rausgezogen schauen nicht mehr Fernsehen und sind schon gar nicht mehr diejenigen die um 20 Uhr die Tagesschau anschauen und wenn dann halt nur mit dem Grinsen was erzählen sie uns denn heute wieder also wir sind uns dessen bewusst aber es gibt noch es gibt einfach dieses große Feld der Manipulation und wir haben versucht es in einer Sendung zusammenzupacken es könnte sein dass wir was vergessen haben wir sind natürlich auf jede Sendung es sind keine Vorträge diese Sendungen sie sind wirklich spontan wir sind im Fluss wir haben viel gelernt und viel erlebt und versuchen euch das mitzugeben aber wir sind nicht unfehlbar und das kann auch sein das ist jetzt ein ganz großes Thema das irgendjemand in die Kommentare bitte gerne reinschreiben kann uns durch die Lappen gegangen ist ich weiß nicht ob dem WUG da noch was einfällt ne also wir hatten ja gedacht an wir sagen auch die philosophischen Aspekte und die Manipulationstechniken zum Beispiel durch Psychologie und so weiter aber da können wir einfach halt nochmal eine andere Sendung drüber machen einfach weil das halt auch ein Riesengebiet ist und man da auch Stunden drüber sprechen kann und man hat dann auch nur bestimmte Sachen einfach nur abgeklatscht und dann einfach schon ja ganz lieben Dank an euch es war uns wieder eine Freude für euch da sein zu dürfen ganz lieben Dank für die Unterstützung der beiden Kanäle das ist sehr geschätzt sehr hoch geschätzt ja und wir versuchen für euch weiterhin da zu sein wenn es wieder heißt mit Herz und Verstand und mit WUG Dankeschön Tschüss 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 8 7 8 5 5 6 7 8 9 8 9 9 9 10 10 9 10 10 10 12 12 13 15 Untertitelung des ZDF, 2020